Was halt ständig wieder anfängt zu brennen? Das wär ja cool. Feuer ist brennt! Das brennt, ey. Das sag ich dir. Das zündet ordentlich rein. Okay, das will jetzt keiner verstehen. Fabriken kann man eigentlich bauen. Ich hab auf jeden Fall mal fünf. Auch wenn wir so sind, dann bauen wir noch eine Cyborg-Fabrik daneben. Grundlagenforschung abgeschlossen. Ah, warte. Also, forschen wir jetzt. Hochexplosiv war auf Bitzen geschossen. Das klingt doch nicht schlecht. Kommandos sind alle zugewiesen. 16, 16, 18. Einmal frei. Können wir das noch mal irgendwie aufrüsten? Nein. Können wir noch irgendwas bauen, was... Ah, ich weiß, was mir noch fehlt. Ein Sensor-Türm? Worüber ich überall Sensor-Türme jetzt hier bauen will. Ich mach's einfach. Keine Ahnung warum. Völlig Verschwendung von Ressourcen, aber egal. Das hat alle repariert. Nein. Das kann ja noch was werden. Konstruktion abgeschlossen. Hm, die können mich da ja schon immer beschießen, ne? Das spannen wir schon mal. Und... Fahren wir da runter? So, seid ihr jetzt alle repariert? Nein! Werdet ihr die einen Tage alles repariert sein? Nein! Oh, komm! Oh, komm! Oh, Gott! Oh, Gott! Komm! Fahr da mal raus! Also ihr, ihr bleibt hin. Ihr geht zur Operation. Komm! 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 Oder closieren wir? Wir schon lass' wir mal rein! Komm! Ich lass' ich einfach mal so völlig ungesichert ins Gebiet fahren. Na, also geht doch. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Wird das mal was? Ich bin zweifelt jetzt mal schön dahinter. So, werde jetzt mal fertig. Ne, wenigstens etwas. Äh, VTO verbringt. Ne, Angst, dass irgendwas passieren möchte, die erforscht. Waffenforschung abgeschlossen. Ja gut, das war klar, hohe Explosive Geschosse, das war klar. Hohexplosive Streubomben. Klingt verlockend. Fahrzeugforschung abgeschlossen. Hitzebeständige, hitzebeständige gepanzerte Schichten. Hm, toll. Hilft mir jetzt auch was gegen Geschütze oder gegen Feuer? Wird Brandbomben ab? Uh, Bunker und Aufhängungen? Wieso Bunker? Bunker sind nicht nur mal aus Stahlbeton oder so? Hä? Wieso Bunker, hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz. So, wie haben die da jetzt? Uh, 195. Nett. Nett. So, also wir können Phosphor-Bomben. 300, was haben wir noch gehabt? Äh. Hm, 18 und 100. Das? Äh. Okay, nehmen wir uns mal ins Arsenal auf. Kann man eigentlich auch, äh, Commander-VTOS? L-V-V? So-s-s-s-s-s-s-s. Nö. Kann ich nur mit Waffen bestücken. So ein Scheiß. Das ist so ein Beschiss. So, eins schicke ich jetzt. Oh Gott. So, wie mache ich das jetzt am besten? Wie mache ich das jetzt? Äh. Äh. Hä, hä, hä. Ja. Die Quellen habe ich. Jetzt muss ich sie noch sichern, ne? Kann ich mal überlegen. Der Feind kann nur von unten... Nee, der kann aus allen Richtungen kommen. Dann würde ich sagen... Zyklon-Flags. Einmal außen rum gebaut. Und dann baue ich auch noch ein paar Schirmchen drumherum und alles ist gut. Bäh, das funktioniert nie und nimmer. Das ist... Egal. Ja, die müsste ich auch mal aufrüsten, ne? Konstruktion abgeschlossen. Dann sollte ich das mal auswählen. Hurricane-Flag. Zyklon... Oh Gott. Zyklon-Flags. Hm, muss ich jetzt alle aufrüsten noch? Ach, komm. Ihr wollt mich doch verarschen. Oh Gott. Gibt's kein... Rüstet euch automatisch auf-Button. Konstruktion abgeschlossen. Was für Konstru... Ach so. Was für Konstruktion, ne? Ich brauche gar nichts mehr. Forschung abgeschlossen. Noch mehr zu erforschen? Nein. Video? Nein. Ach, komm. Hätt mich gefreut. So, schauen wir, was da noch so ist. Noch mehr zum Kaputtschießen. Konstruktion abgeschlossen. Schick mal's erstmal runter, sonst wird das nämlich nix. Das seht ihr jetzt schon. Oh Gott, was ich da alles jetzt wieder wegreißen muss. Oh, das ist überall. Hm. Geil. Konstruktion abgeschlossen. Geil, geil. Komm eins, medit. Komm mit rein. Okay. Dann bauen wir da Verteidigungstürme. Bauen wir wieder Lancer. Oh ja, Lancer. Brauchst jetzt natürlich, ich bring's nochmal dazu, da wegzufahren. Hm, wird schwierig, wird schwierig. Seh ich schon kommen. Okay, Lancer, 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 Lancer. Lancer, 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 Lancer. Huh, das soll da ausre- Hm, hoffe ich mal. Oh Gott. Das wird jetzt wieder Stunden dauern, bis ich das alles fertig hab. Na ja, zum Glück hab ich da voll ne Massenaufmarsch, indem sie mal Einheiten alle ineinander pressen, was es sowieso schon mal drei Stunden dauern wird, bis ich endlich mal weiter bin. Boah, warum bricht die Framerate da immer so ewig ein, wenn ich speichere? Warum bricht die jetzt wieder so ewig ein? Was soll denn das? Moment. Nein, wird auch nicht besser. Na ja, dann. Boah, was ist denn jetzt los? Boah, was ist los? Okay, es leckt grad ein wenig und ich weiß nicht warum. Was ist denn das jetzt? So, und weiter geht's, hoffentlich mit wenigeren Lecks jetzt. Keine Ahnung, was das eben war. Was ist das? VTOL Service Station. Oh, Luxus. Ermüdliche Produktion von VTOLs. Wer hätt's gedacht? Aha, toll. Oh, da noch mal Stationen, um sich in Stand zu halten. Wie, da ist nix mehr? Gar nix mehr? Gut, wegen Häuser zum Kaputtschießen, ja. Forschung abgeschlossen. Äh, was? Ach ja, ich hab ja, ich hab irgendwas erforscht. Konstruktion abgeschlossen. Oh, ja. Ach nö, das ist nur für Cyborgs. So. Hm. Jetzt ist der Moment erreicht, wo ich wieder keinerlei Energie mehr hab. Oh, komm. Und ich bin noch nicht mal halbwegs fertig mit Bauen. Hm, wie geil. Ja, keine Ahnung, warum jetzt auf einmal so ewig die Performance ein Killer geht. War doch vorher auch nicht. Was weiß ich. Zu viele Einheiten auf dem Schirm. Was ist da hinten noch? Sackgasse. Da kommt Verstärkung wahrscheinlich gleich. Ja. Die haben die Basis platt gemacht. Jetzt kommt da unten eine Milliarde Verstärkungseinheit. Nur. Mit seiner Laser-Taschenlampe. Macht der Commander überhaupt Schaden? Oder wie sieht er den Feind nur an? Wahrscheinlich, wie sieht er ihn einfach nur an? Wieso bist du schon wieder nicht repariert? Ach komm. Macht ne platt. Boah. Also die Bunkerbuster, die sind echt geil gegen Gebäude. Da gibt's nix Besseres. Würde ich jetzt mal sagen. Gut, ich hab allerdings auch keine Ahnung von dem Spiel. Das sollte man auch mal dazu sagen. So, was ist da noch? Lancer? Nein, ihr sollt doch nicht da nauffahren. Ihr sollt den von da unten beschießen. Ja, den Turm könnt ihr beschießen, ne? Aber das... Ja, der Turm geht immer. Hä? Ah, ich muss noch mehr bauen. Gott, hab ich jetzt langsam viel Bauoptionen. So. Bau da unten mal noch. Okay. Dann eben das nächste Mal. Na, dat war doch schon mal schön. Das eine lassen wir jetzt noch wegen stehen, damit wir noch ein wenig bauen können und so. Und forschen. Schießt noch die Gebäude da kaputt. Hoffen, dass wir dabei nicht zu nahe an den anderen Turm hinkommen. Nein. Nein. Schießt jetzt bloß nicht zurück. Ich warne euch. Konstruktion abgeschlossen. Wart mal da vorne hin. So, das Ganze wird sich jetzt ein bisschen ziehen, nehm ich mal an. Ich könnte das Ganze offscreen machen. Warum stehen da immer noch Leute? Schaut mal nach, was das da ist. Grundlagenforschung abgeschlossen. Grundlagenforschung kann ich... Oh, noch mehr, ja. VDOL... Schlagturm? Was ist... Schlagturm? Schlagturm, was? Hä? Konstruktion abgeschlossen. Was ist ein Schlagturm? Gebäudeforschung abgeschlossen. Tank, bewaffnet und repariert VDOLs. Toll. Das heißt, ich muss so Ding bauen. Ja, okay. Das ist dasselbe in grün, noch nur für... Für, 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 für... Für Cyborgs. Brauchen wir nicht. Ich baue irgendwie keine Cyborgs, ne? Ich weiß nicht, ich baue mir nur noch Panzer. Warum baue ich mir nur noch Panzer? Keine Ahnung. Ich baue irgendwie einen Panzer. Fertig, aus. Braucht keine Argumente. Was sind das denn? Was sind die Techniker wieder? Boah, haben wir einen langen Lebensbalken. Äh, was? Reicht das aus? Oder kommen da unten auch noch welche? Ich weiß nicht so recht. Können wir da unten noch was hinbauen? Oh ja, dann, Moment. Ah, ich bin zu blöd, gerade runterzugehen mit der... Maus. Oh, da unten auch noch zwei hinkommen. Nicht scheizen. Kleckern. Nicht klotzen. Ach, reparieren lassen wollt ihr euch aber nicht, oder wie? Halt echt nicht. Nein. Nein, lasst euch... Oh. Die treiben mich echt noch in den Wahnsinn. Ja, das ist der Wahnsinn. Oh, nein. Roboter-Gestützte MK2-Produktionen oder so, keine Ahnung. Ja, wir bauen halt schneller. Soll die da begriffen haben. Die Beuteforschung abgeschlossen. Oh, automatisierte VTOL-Bewachtung. Verringer Zeit für Bewachtung. Der, für... Ach, steht halt nett da alle rum und macht nix. Wofür bezahle ich euch überhaupt? Oh, Moment. Ich bezahle sie ja gar nicht. Hm. Konstruktion abgeschlossen. Hm. Wie, ihr seid schon fertig? Das ging aber schnell. Oh, dann bauen wir die VTOLs da oben und hoffen einfach, dass die Map nicht nach da oben erweitert. Oh, oh, dann habe ich ein Problem. Also, oh, wenn es da dann wieder runter geht und ich die komplette Front abdecken muss. Oh. Oh, das wäre äußerst unnützlich. Soll die alle schon repariert? Nein, du doch noch nicht. Da, los. Reparier dich. Ach gut, ich schick zwei. Oh Gott. Ich schick zwei los. Bin ich blöd? Na, ich schick euch erst mal da rüber. Komm. In der Zwischenzeit können sich da wegen die Typen durchkämpfen. Kann ich noch was erforschen? Nein. Verdammt. Lass mich noch was erforschen. Ich forsch noch so gern. So, es hat jetzt langsam alle repariert. Denk schon. Dann schick ich euch wieder da runter. Keine noch was erforschen. MK3 nehme ich. Keine Ahnung, ob das auch nur die Bewaffnung verschnellert oder was anderes, weil es steht nicht da. Du bist, du bist. Zyklon. Neues Systemturm. Was bringt mir dieser Systemturm? Systemforschung abgeschlossen. Audit heran, nah an der Feind. Greifend Feind. Oh, nein, nein. Ist das jetzt nur für VT-URLs? Vermutlich, ne? Oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Verdammt. Nein. Wo ist denn der Turm? Turm mit Mini-Raketen. CB-Turm. VT-L-Schlack-Turm. Uff. Uff. Ja. Gut, dass ich so viel Ahnung hab. Nehme ich überhaupt keine. So, reißen wir alles ab. Ah, das bringt ja wieder Ressourcen, ne? Ja, genau. Ganz vergessen. Vielen Dank.